Die Musikwerkstatt. Noten, Intervalle, Akkorde und Kadenzen. Oder wer hat Angst vor der kleinen Terz? Ein kleiner Beitrag zum besseren Verständnis der Musiktheorie und der Gehörbildung. Konzeption, Text und Realisation, das echte Nordlicht. Am Mikrofon Heiko Janusz. Moin! Und da sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema. Lektion Nummer 5. Die Stammtöne und der Oktavbereich. Am Mikrofon Heiko Janusz. In der Lektion Nummer 4 haben wir uns noch einmal mit den Tönen im Violin- und Bassschlüssel beschäftigt. Wir haben die Töne G, F und C kennengelernt. Und alle anderen Tonnamen auch. Diese richten sich nämlich nach dem Alphabet. Erinnert ihr euch? A, H, C, D, E, F, G. Ist euch noch etwas aufgefallen? Genau richtig. Statt des B wird im musikalischen Alphabet ein H verwendet. Bis jetzt sind wir, wie im Alphabet üblich, immer von A ausgegangen. Jetzt verändern wir das Ganze etwas und gehen von dem Ton C1 aus. Diese sieben Töne werden auch als Stammtöne bezeichnet. Wenn wir das C1 schon kennen, dann ergeben sich daraus die anderen Namen der Stammtöne. Es wären dann C1, D1, E1, F1, G1, A1 und H1. Jetzt schaut euch einmal diese Klaviertastatur an. Es sind wesentlich mehr Töne als die oben genannten Stammtöne. Den grünen Bereich kennen wir schon. Da haben alle Stammtöne, also C, D, E, F, G, A, H, die Zusatzbezeichnung 1. Das nächste C erhält dann die Zusatzbezeichnung 2. C2, D2, E2, F2, G2, A2 und H2. Das ist in der Zeichnung der orangefarbene Bereich. Das C im blauen Bereich und die folgenden Stammtöne erhalten die Zusatzbezeichnung 3. Also C3, D3, E3, F3, G3, A3, H3. Das C im roten Bereich und die folgenden Stammtöne erhalten die Zusatzbezeichnung 4. C4, D4, E4, F4, G4, A4, H4. Und am Ende haben wir noch ein weiteres C. Das C5. Der Ton ist allerdings schon richtig hoch. Wir sind jetzt mit den Stammtönen, die eine gleiche Zusatzbezeichnung haben, nach rechts gegangen. Also da, wo die Töne höher werden. Wie sieht es aber mit den Tönen aus, die tiefer werden und links vom C1 liegen? Wie werden hier die Stammtöne bezeichnet? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Die Stammtöne im lila Bereich erhalten die Zusatzbezeichnung klein. Also abwärts gesehen kleines H, kleines A, kleines G, kleines F, kleines E, kleines D und ein kleines C. Die Stammtöne im grauen Bereich erhalten die Zusatzbezeichnung Groß. Also großes H, großes A, großes G, großes F, großes E, großes D und großes C. Die Stammtöne im bräunlichen Bereich erhalten die Zusatzbezeichnung Kontra. Also Kontra H, Kontra A, Kontra G, Kontra F, Kontra E, Kontra D, Kontra C. Unter dem Kontra C gibt es hier noch zwei weitere Stammtöne, die die Zusatzbezeichnung Subcontra erhalten. Sub ist lateinisch und bedeutet so viel wie unter. Subcontra bedeutet somit unter Kontra, also noch tiefer. In unserer Tastatur ist das das Subcontra H und das Subcontra A. Jetzt haben wir die Stammtöne C, D, E, F, G, A und H kennengelernt und wir haben die Zusatzbezeichnung zu den Stammtönen ebenfalls uns angeschaut. Zusatzbezeichnung entweder 1, 2, 3, 4 oder 5 oder im Abwärtsbereich zu den tieferen Tönen hin Klein, Groß, Kontra und Subcontra. Schauen wir uns noch einmal die einzelnen Bereiche an. Es gibt immer sieben Stammtöne mit gleicher Zusatzbezeichnung. Die Zusammenfassung von Stammtönen mit gleicher Zusatzbezeichnung nennen wir auch Oktavbereich. Die Oktave wird uns später noch einmal begegnen. Jetzt reicht es zu wissen, dass wenn wir bei einem C anfangen, ein Oktavbereich bis zum nächsten C geht. Von einem C zum anderen C sind es acht Töne, wobei das zweite C schon wieder der Anfang für einen neuen Oktavbereich ist und eine andere Zusatzbezeichnung erhält. Und das war die fünfte Lektion in der Musikwerkstatt bei Das echte Nordlicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mögt, bastelt euch aus Pappe eine Klaviertastatur und beschriftet diese mit den Stammtönen, den Zusatzbezeichnungen und schreibt euch auch die Oktavbereiche dazu. Abonniert gerne den Kanal Das echte Nordlicht und wenn ihr mir etwas schreiben wollt oder Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion hier bei YouTube oder schickt eine E-Mail an info at das echte Nordlicht.de. Bis zur nächsten Lektion, sage ich Tschüss und bis bald, euer Heiko.